Moin Moin und Willkommen zurück bei Life is Feudal wie immer mit Jujuka vom Tal Hallo Raman Rahmador Moin Und den Herrn Salentin Moin Moin und Hallo Ja, Plan für heute? Holz Scheiße bauen Ich habe keinen blassen Schimmer Wir wollten die Scheune fertig bauen Ihr könnt das Holz aus meiner Baustelle nehmen So, ich werde erstmal meine Standardrunde abgehen mit den ganzen Krams Kann man nicht mehrere Baumstämme auf den Karren packen und... Leider nein, die passen da nicht rein Du könntest höchstens mit dem Karren jetzt zu dem kleinen Fachwerkhaus kommen Und dort zwölf der Baumstämme aus dem Haus rausnehmen Aber die passen nicht in den Karren Doch, im Gesäg davon passen sie in den Karren, zwölf Stück Weil sie ein Gewicht von 100 haben Sind die nicht zu lang? Die passen von der Größe her nicht in den Karren Auch wenn die vom Gewicht her gut sind Die müssten passen Es sei denn sie haben da was gepatcht von dem ich noch nichts weiß Na das hat schon mal nicht funktioniert, deswegen bin ich verwirrt Ja, versuchen können wir es ja Die beiden Karren stehen ja ordnungsgemäß neben dem Lagerhaus Beide müssten sogar leer sein Was? Ach Halt Stop Stop, die können wir nicht nehmen Schaut mal rein Ich hab da doch was vorbereitet Der Herr hat Kohle vorbereitet Wir sind voll mit Halschalten für die Kohleproduktion Aber sie standen sowieso falsch Wo sollen die jetzt hin? Im Prinzip da wo ich stehe Also soll ich jetzt hin nicht rein Soll ich rückwärts? Doch, muss ich Was, rückwärts? Rückwärts, vrwärts entscheidet euch Überfahrt euch einfach Ne Okay Oh man Schaut euch mal den weißen Hang bei den Scheunen an Da sieht man unseren Aussichtsturm im Schatten Das sieht ja mal geil aus So Fälle wieder angesetzt Jetzt noch eben Ein wenig Flax weich kochen Weiß jetzt was du meinst Mann ist das ein schwachsinniges System Was für ein System? Im Ablegen der Ist aufwendig, ne? Weil sie jetzt sind Ihr solltet jetzt besser nicht bei den Knochen gucken Äh, bei den Knochen Ähm, ja Warum? Was hast du da angestellt? Noch nix Hast du die übereinander gestellt oder was? Ich hätte mir sowas denken können Das war keine bösartige Absicht Ähm, diese Aussage glaube ich dir nicht Wie kann man denn aus Versehen Kutschen aufeinander stellen? Nein, aufeinander war das nicht, also Ich dachte jetzt, du stehst da Nee Ich lauf hier in Zeitlupe mit einem Baumstamm aufm Rücken Stimmt Ich seh die Salentina vor mir Hi Bin ich schneller als du? Weil ich noch zwei Baumstämme im Inventar hab Achso Ich bin hoffnungslos überladen Haha Oh Ich muss gleich noch was mampfen sehe ich gerade Ich bin ja bald am Verhungern Haha Hättest du das nicht in der Aufnahmepause machen können? Nein Eigentlich hätte ich da jetzt auf den Einsatz von Salentina gehofft, aber Wirklich? Wann? Ja Darum ja auch die längere Pause Bitte Das war doch kein Flachwitz Also Irgendwas fällt mir hier negativ auf Die zweite Person in der Reihe trägt keine Fackeln Es ist ja auch hellichter Tag Ja, aber scheiße aus Ja, dann legt eure Fackeln ab, es ist hellichter Tag Sag ich ne Fackeln die, ne? So hell ist das gar nicht Ups, muss ich nur ablegen Also bei mir ist das relativ dunkel Mir auch Bei mir nicht Weil ist hier schon wieder Sonnenuntergang Ja, aber trotzdem scheint die Sonne noch Himmel ist blau Naja, bewölkt und blau Aufgang, Untergang, oder nicht? Nee, das müsste Aufgang sein Wir können es ja gleich sehen Wenn es gleich wieder dunkel wird Guck mal nach Osten Siehst du da ne Sonne? Keine Ahnung, ich weiß nicht wo Osten ist Ich hab keinen Kompass Ach, du hast ne Karte Schmiede 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 Bei der Schmiede liegen drei Stämme Nein, das ist Arbeitsholz für die Schmiede Das Holz, was für die Baustelle war, ist jetzt unten So musst du nix mehr hin Ne, wir müssten wahrscheinlich noch wieder gut was fällen Also, ähm, aus einem Ahorn Das sind ja alles Ahorn Stämme gewesen Die wir jetzt untergetragen haben Da kriegt ihr fünf Balken raus Wird jetzt noch mehr benötigt, oder? Ähm, müssen wir gleich mal durchrechnen Ja Also hier sind auch noch elf Balken im, 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 im Haus, ne? Und wie viele brauchen wir noch? Ein paar Ein paar hundert Jemand, die 93er Eiche hier ist, ist nicht, soll nicht gefällt werden Du, das ist die Baumplantage und es ist noch mittlere Eiche Also, nein Unser Holz ist noch nicht reif, was gefällt werden kann, außer die Apfelbäume unten Und da lohnt es sich nicht, Building Logs draus zu machen Das ist hier auch Plantage? Prinzipiell der ganze Wald, wo du jetzt vorstehst Zum Berghang hin Okay, ich wollte gerade sagen, große SBU, Qualität 7 Kriegst du trotzdem was raus? Und das Holz sollte ja sowieso weg, SB4 Große Eiche, Qualität 10 Ob die kann nicht gefahrlos umnageln Definitiv Lässt du den Baumstamm dann bitte, äh, den Baumstumpf bitte stehen Also, in der Scheine sind jetzt 50 von 200, äh, Baumstämmen Dann fehlt uns noch gut die Hälfte Ja Oder ein paar gute, ähm, Eichen Vier Stück müssten reichen Ich sag's dir nur ungern Aber uns gehen die Äpfel aus Die Plantage oben ist soweit fertig Da kannst du fahrlos jetzt schon die ersten Äpfel abholen Und wenn ich das richtig sehe, muss ich auch mal wieder ein Herd anschmeißen Haben wir nichts mehr zu futtern? Ähm, das habe ich jetzt noch nicht kontrolliert, aber meine Küchenkiste ist bald voll Tja, du hast ja ja einen Schrank Der ist auch bald voll Meinst du, wenn ich das Fleisch aus dem Lagerhaus nehme, dann quillt der über Dann brat das Fleisch erst durch Aber dann kann ich es ja nicht mehr weiter verarbeiten Der Baum bleibt stehen und fällt in, äh, ja, muss ich das jetzt verstehen Wir hatten gerade einen kleinen Baumfellpack Mir ist der Baum auch stehen geblieben nach dem Fällen Und das ganze Holz, was jetzt hier liegt, gefällt Ist schlechte Qualität und kann verarbeitet werden Oh, wir brauchen echt neues Essen Das wird echt langsam dünner Da sind noch ein paar Äpfel Ostreich, es wird dunkel Ja, also es wird dann wohl heute wieder eine Kochfolge, wenn ich mir das so angucke Wir haben noch genau 10 gebratene Eier und eine Schicht Können wir mal den ganzen Fisch durchbraten Zum Beispiel, ja Ich hab da jede Menge Was hast du gegen Fisch? Der wird doch nicht schlecht, den kann man ein bisschen liegen lassen Frischer Fisch, wie bei oben Der wird nicht schlecht, der reift Genau, ist wie ein guter Wein Der ist nicht frisch Mein Fisch ist frisch Mein Fisch ist frisch Nein, ist er nicht Er stinkt ja schon seit Wochen vorher Wo soll sich hin? Warte, ich war der Schmied Du der Angler Warum soll mein Fisch nicht frisch sein? Aber ich kann ja noch ein bisschen Mist holen, da kann ich endlich mal falschen Honig machen Wolltest du den Mist nicht eher nutzen, um zu dü... Ach so ein Blödsinn Christo hat kein stehlernes Monument Puh Möchte der Warlord bei seinem Hölzernin bleiben? Ja Stahl ist mir nicht hart genug Aber Holz Ich hätte gern ein bisschen Plüsch In Pink Mit Camouflage-Muster Genau Pink Camouflage Oh mein Gott Hier ist einer Ist doch süß Nein Im KW Dass es hier keine Kollisionsabfrage gibt Sonst hätte ich mich jetzt gerade in der SBA schlagen Und bitte was? Hab ich jetzt eine Anspielung nicht mitgekriegt? Ja Das ist gut Das war so ein Stichwort auf das du normalerweise früher immer sehr gut angesprungen bist Zum Glück hast du es jetzt echt nicht mitbekommen Klärt mich bitte nochmal auf Nein Warum nicht? Weil glücklicherweise die anderen beiden davon nicht so viel mitbekommen haben Klärt mich bitte nochmal auf Sonst gucke ich mir gleich in der Aufnahmepause die Folge an und dann weiß ich's Tja Ich glaube er hat Angst dass du dann wieder so einen abwertenden Spruch machst Ich glaube er hat Angst dass ich wieder anfange zu singen Nein Nein Weder noch Nein davor hab ich Angst Bist du ein Normande? Wie ist das mit Kuchen mit Eingeweiden? Boah Lecker Shepherd's Pie Oh ich kann ein Käse produzieren Geil Aber kein Harzer Boah Wenn ich allein an diesen fauligen Geschmack denke Ich hab jetzt hier am Hang ne Menge Holz was zusammengesicht werden könnte Ich hab jetzt mal wirklich Kahlschlag betrieben und alles gefällt was noch was schlecht ist Ich schlepp grad den letzten Building Lock aus der Baustelle runter Danach helfe ich mit Beim Sägen War eigentlich schon jemand so Frau und hat die Kims zum Kodelherstellung angeschmissen? Bisher nicht Weil dann hätten wir die Wagen wieder frei Passen sie eh nicht rein Ich hab da irgendwo 700 Weizen gelassen ne Du hast 700 Weizen verlegt? Ich glaub schon Wie verlegt man bitte 700 Weizen? Och Man legt das einfach irgendwo beiseite Also im Lagerhaus sind nur 100 Also unter Ah ich hab sie ich hab sie ich hab sie 700 Weizen weglegen Ja Erzähl das mal einem Bauern Ja äh ich weiß nicht wie ich den erzählen soll Aber wir haben gerade ihre 700 Tonnen Weizen irgendwie verlegt Ja das ist ja nur damit ich malen kann ne Also ich mal quasi mit dem Weizen Was entsteht daraus? Waldorf Bild? Ja Ja Und dann kannst du in dem Mehlstaub auf Waldortour deinen Namen schreiben Nein tanzen Weil wenn du das auf Mehlstaub machst ne Dann bleibt da was besser lesbar Und wenn dich jemand nicht mag Zündet er ein Strichholz an und wirft es rein Feuerwerk Wuuu Wiii Feuerwerk Arschleckenfeuerwerk ich hab noch nicht getroffen Genau so ist es Boah Okay Mehl herstellen dauert Bist du mir auch noch ein bisschen übrig zum skillen? Nö Okay Alter das sind 700 Weizen Wie lange soll ich denn hier stehen zu mahlen Um das alles wegzumachen Da brauchen wir ne verdammte Windmühle Äh nein Gut nächstes Bauprojekt Da haben wir glücklicherweise noch keinen Standort für gefunden Ich hätte einen Soll der Bergfriede Nein Wieso der Kampfplatz der ist schon schön planiert Kannst direkt das Fundament setzen Aber dahinter Da ist ne relativ große Fläche Die relativ gerade ist Und da ist bisher nichts geplant Ich dachte da soll der Reibplatz sein Da ist sehr viel Fläche Wir haben definitiv noch zu wenig Lateral Ja Und da nach dem Seit dem letzten Patch Die Welt etwas dunkler geworden ist bei Nacht Wie man ja wunderbarer Weise sieht Stimmt wir müssen die Fackeln ausmachen Weil ich sehe die Nachtgebirne nicht mehr Ich kann nur noch ein paar Meter weit gucken Ah Ja, die haben jetzt so einen Effekt eingebaut Wenn man aus dem Hellen ins Dunkle guckt Sieht man nicht mehr so viel Halt wie es im Reellen auch ist So, jetzt habe ich ein bisschen Mehl hergestellt Jetzt kann ich noch ein paar zusätzliche Gerichte machen Okay, die Baumstämme sind zu schlecht für building blocks Ja, Knochenleim So, jetzt mache ich nämlich Apfelbeerenkuchen Mhm Und da drin sind Äpfel, Beeren, Innereien und Mehl Mhm Dann sehe ich es wenigstens so Dann haben wir wenigstens hier wieder einen schönen Holzhaufen für die nächste Kohleherstellung Na ja, müssen da unten noch Bretter rein? Hat das jemand im Korb? Was? Nagel im Korb? Du hattest doch die Baustelle gemacht Müssen da noch Bretter rein? Äh, ich glaube 40 Stück Dafür müssten die aber ausreichen Ja Fischkuchen Aber wir haben kein Kabel hier auch Ernsthaft? Ah, den habe ich schon verarbeitet, wa? Warum musst du mir gerade so viel Hunger machen? Kannst du ja was essen? Woll ich gleich ein bisschen angeln gehen? Wenn du Lust dazu hast? Muss nicht unbedingt sein Ich glaube wir haben genug zu essen Ich muss erstmal wegarbeiten hier Nur um jetzt dieses eine spezielle Gericht zu machen Müssen wir nicht noch unbedingt mal angeln gehen Da kannst du besser weiter mit dem Holz helfen Ich mache erstmal was einfaches wie gebratene Lachspastetchen Das müsste eigentlich alles am Holz gewesen sein, was hier rum lag Neu pflanzen darf ich ja eh nicht Wieso darfst du nicht... Ach da... ja da darfst du nicht neu pflanzen Hier darf ich nicht neu pflanzen Ich darf neu pflanzen Situationsbedingt jetzt von mir aus rechts Von dir aus links Das ist aber echt scheiße Ich hätte hier noch eine ordentliche Birke Wenn ich mich recht erinnere Mal kurz gucken 82er Birke Der kriegst du durch die Form dieser Birke Allerdings auch kaum Building Lots raus Dieses Affentempo das ich an den Tag lege Warte, für die Bretter könnte man wirklich einen Wagen nutzen Auf jeden Fall, ja Aber die sind dummerweise beide komplett voll... Mittlerer Apfelbaum Ähm... Die ausgewachsenen Apfelbäume müssten 15 Äpfel enthalten Also halb halb ist die Plantage fertig Muss halt nur noch wachsen Gut, ich schmeiße mal die Kohleproduktion an Läuft schon Ah ok So So Heringssalat So, dann muss ich erstmal hinter das Inventar ein bisschen räumen Aber ich sehe gerade auch schon, wir sind auch schon wieder an der Zeit Das kann ich bestätigen Alter, ist das eine dunkle Folge, ey Er macht dort eine Taschenlampe an Falsche Zeit Wieso kann ich den Ofen jetzt nicht ausmachen? Da So, dann muss ich jetzt erstmal ein paar Gerichte aus der Tasche räumen, dass ich wieder Platz habe Schmeiße ich dann erstmal wieder in unser Nahrungsfass Äh... Nicht Fass Kiste Rindenkiste Das Lagerhaus ist voll Wie heißt das Lagerhaus ist voll? Das Lagerhaus ist voll Wie das Lagerhaus... welches ist voll? Ja, das hier oben Warum sind da 434 Steine drin? Oh, was soll denn der Mist? Das habe ich doch schon... Ich war es nicht Ich ausgangsweise auch nicht Die Building Glocks bitte drin... äh, die Billets bitte drin lassen Die packe ich jetzt absichtlich schnell da rein, damit wir den Wagen haben So, es sind jetzt 4 NAFTA und 34 Flux im Lagerhaus Das NAFTA können wir sogar gut gebrauchen Ach, wo ist es... So, jetzt so von irgendwo irgendwelche Stämme bewegen, oder wie war das? Jetzt erstmal abmoderieren würde ich sagen Gleich Und diese wunderschöne Laterne bewundern Die machen echt ganz schön dicht Die machen echt ganz schön dicht Worauf warten wir? Mich Auf den Sollentim Okay Okay Aber ich bin hier mit der Entsorgungsaktion auch gleich durch Vorausgesetzt ich backe hier jetzt nicht fest Und ich backe fest Jo, wollt ihr dann abmoderieren? Willst du jetzt nicht kommen, oder was? Ich bin grad etwas außer Lage Naja gut Wenn es euch gefallen hat Lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da Wir freuen uns da immer drüber Wenn ihr bei mir guckt, schaut mal bei den anderen Wenn ihr bei den anderen schaut, schaut auch mal bei mir rein Der Rahman nimmt ja leider nicht auf Ähm, ja, ansonsten Bis zum nächsten Mal Tschüss!